Marketing, besonders SEO und Content Marketing, ist voller Insellösungen. Tausend Tools und nichts aus einem Guss. Doch KI wird das verändern. Heute sprechen wir über KI-Workflows und KI-Agenten und sehen uns an, wo die Reise hingehen könnte. Nein, das ist keine KI-Kiddie-Folge, wo ich dir zeige, wie du mit N8N und Sprachnachrichten dein Leben automatisierst. Viel Spaß! Worüber wir heute sprechen, ist teilweise schon Alltag, teilweise noch nicht so umsatzbar, auf jeden Fall nicht in einer Qualität, die man anderen Menschen zumuten kann. Es ist auch keine Ich-zeige-dir-schrittweise-wie-es-geht-Folge, sondern mehr eine gemeinsame Entdeckungsreise. Aus meiner Sicht ist eines der größten Probleme im Online-Marketing, vor allem aus persönlicher Erfahrung im SEO und Content Marketing, dass alles auf diesen Mini-Tools und Insellösungen basiert. Das heißt, alle spezialisieren sich ganz extremen Nischentools. Das heißt, du hast ein Trillionen Tools, um einen simplen Prozess abzubilden. Wenn wir jetzt Suites betrachten, bieten sie nur Einzelwerkzeuge, aber keine Prozesse oder Systeme. Denk zum Beispiel an so etwas wie SEMrush. Um das vielleicht mit einem Beispiel zu verbinden, denk an deine Keyword-Recherche. Die besteht für die meisten aus mehreren Tools, irgendwelche Ideen generieren, die Relevanz dieser Ideen prüfen, Clustering, SERP-Overlap-Score, Abrufen von Ergebnissen, pipapo, pipapo. Wie lange geht das noch so? Vor allem in einer Welt, wo mehr und besser etc. KI-gestützte Workflows und autonome KI-Agenten lösen dieses Problem bzw. lösen es gerade. Es wird eben nicht nur die Effizienz steigern, sondern ganz neue Möglichkeiten geben. Wie zum Beispiel, auf was ich mich extrem freue, ist Keyword-Recherchen, die sich dann selber aktualisieren, sich selbst um Trends erweitern, sich selber weiterentwickeln usw. Vielleicht noch ein Beispiel, was möglich sein wird. Niemand kann das gesamte Marketing-Material und alle Produktdokumentationen von einem Kunden lesen. KI schon. Was sind jetzt KI-Workflows und Agenten? Lass uns starten mit der Untersteigerung, weil man versteht nur viel mehr, wie groß dieser Schritt ist, in dem wir jetzt sind und was auf Marketing zukommt. Was jeder kennt, was es schon ewig gibt, ist regelbasierte Automatisierung, gänzlich ohne KI. Software-Skript-basierte Automatisierung, die irgendwelchen strikten Regeln folgt, aber keine Lernfähigkeit besitzt. Ein Beispiel ist sowas wie, so ist Zapier groß geworden, dass du, wenn dann passiert ist. Ich weiß, es gibt schon ein paar mehr Features und ich will Zapier nicht beleidigen, aber prinzipiell, das ist ein Tool aus dieser Zeit. Dann der nächste Schritt wäre KI-gestützte Automatisierung. Du hast automatisierte Prozesse mit KI-Unterstützung zur Analyse von Daten oder Generierung von irgendwelchen Vorschlägen. Das Ganze kann Muster erkennen und dir dann Empfehlungen geben, aber es trifft keine strategischen Entscheidungen in irgendeiner Weise. Beispiele dafür, ohne jetzt irgendjemanden dissen zu wollen, ist sowas wie SEMrush, Ahrefs. Du hast KI, seit eben dieses KI-Thema so groß ist, KI drin, aber sind wir ganz ehrlich, es ist einfach ein Tool, wo ein GPT-Wrapper ist. Sorry Bros. Du hast automatische Content-Generatoren, sowas wie Phrase oder ClearScope, die irgendwelche Vorschläge machen und so weiter. Spart auf jeden Fall Zeit, liefert datenbasierte Optimierungsvorschläge, erfordert aber definitiv menschliche Kontrolle und du springst die ganze Zeit von, das machst du in dem und das machst du so. Dann kommen wir zum nächsten Level und das, über was wir heute schon sprechen wollen, ist KI-Workflows. Automatisierung von wirklichen Prozessen. Du hast mehrere vernetzte Prozesse mit KI, die kontextabhängig SEO- und Content-Marketing-Entscheidungen automatisiert steuern. Das heißt, du hast, was ist ein klassisches Merkmal dafür, du hast automatisierte, aber anpassungsfähige Prozesse, basierend auf aktuellen SEO-Daten beispielsweise. Was sind jetzt Beispiele für solche Tools? Gumloop, wo du dir Sachen zusammenstürzen kannst. Ich glaube, das ist sogar speziell für SEO und Content-Marketing gebaut worden, aber auf jeden Fall der Kern war ursprünglich von Gumloop eben so Marketing-Sachen. Dann, was vielleicht allgemeiner ist, ist N8N. Du kannst einfach komplette Prozesse abbilden. Es gibt ganz triviale Schritte, wie irgendwie, ziehe mir Daten von dort, aber dann auch wieder, hey, ein Prompt bei ChatGPT, ein Prompt für was anderes in DeepSig und ich habe all diese Zwischenschritte und ich kann das alles beliebig verschachteln. Und damit wird es jetzt möglich, um das Beispiel vielleicht zu verfeinern, komplette Content-Erstellungsprozesse mit menschlichen Reviews oder Feedback abzubilden oder einen kompletten Keyword-Recherche-Prozess mit menschlichen Reviews und so weiter abzubilden. Was kann ich jetzt damit machen? Ich kann auf einmal wirklich agile, flexible, datengetriebene SEO mit weniger manueller Arbeit umsetzen. Und mit manueller Arbeit meine ich, sehr viel im SEO ist, du machst irgendwas in Google Sheets, irgendwelche Manipulationen und voll viel einfach Datenerfassung, was prinzipiell tot ist heute. Das Ganze hat immer noch begrenzte oder keine Autonomie, das läuft einfach durch und dann ist es fertig und dann generiert es irgendeinen Output. Aber es ist ein Game Changer, weil wenn man ganze Sachen abbildet wie Keyword-Recherchen, Redaktionspläne, Content-Prozesse und so weiter, endet es ja gänzlich, wie man arbeitet und was überhaupt möglich ist. Und dann kommen wir zum höchsten Level. Was vielleicht wichtig ist bei diesen Unterscheidungen, die wir jetzt da durchgehen, das ist alles fließend. Also die Abgrenzungen sind teilweise sehr schwierig, aber ich glaube, es ist wichtig, es abzutrennen einfach, dass man im Kopf Kategorisierung hat, die irgendwie Sinn macht. Auf jeden Fall das höchste Level und das, was der Hype gerade ist und wo ungefähr jede 5 Sekunden ein YouTube-Video daraus kommt, was verständlich ist, sind KI-Agenten und das kann man sich jetzt in unserem Kontext vorstellen als digitale Experten mit eigener Entscheidungsfähigkeit. Während eben Workflows so strikte Abläufe haben, arbeiten KI-Agenten autonom. Das heißt, die haben auch Prompts und Instruktionen, aber es geht mehr, das ist das Ziel und dieser KI-Agent hat gewisse Tools zur Verfügung, um das zu erreichen, aber wie er das dann verwendet und was er konkret verwendet, das entscheidet dieser KI-Agent selber. Um das vielleicht wirklich raufzubrechen, der KI-Agent hat ein bestimmtes Ziel, er analysiert die Situation, plant eigenständig die nächsten Schritte und führt diese dann durch und er führt vielleicht nicht alles durch, weil er nicht alles braucht. Und er idealerweise, wenn du es gut aufbaust mit Memory und so weiter, lernt er aus Daten, kann Entscheidungen treffen, anstatt nur eben, mach jetzt das, mach jetzt das, mach jetzt das, mach jetzt das. Und Beispiele dafür sind, du machst einen KI-Agenten, der eine Konkurrenzanalyse macht, aber laufend und darauf basierend laufend immer wieder deine Content-Strategien anpasst oder dir Vorschläge macht und so weiter. Oder einen KI-Agenten, der seine Rankings, der gespeist wird mit Ranking-Daten und das Ganze in Echtzeit beobachtet im Verhältnis zur Konkurrenz und dir dann Optimierungsempfehlungen gibt. Oder der, was eigenständig herausfindet, welche neuen Suchanfragen für dein Unternehmen relevant sind, weil irgendein Trend durch die Decke geht und so weiter. Sowas könnte man jetzt z.B. bauen mit sowas wie Relevance AI, wie gesagt, man sieht eh schon, Build Teams of AI Agents that deliver human quality work for you. Das ist alles nicht so einfach, das muss man erst mal machen und wenn du das zum ersten Mal verwendenst, dann denkst du, so cool ist das gar nicht. Aber wir sind ja auch noch am Anfang und nicht am Ende. Dann, was es auch noch gibt, ist Agentive, wo es wieder darum geht, dass du solche Agenten baust und die dann zusammenstöpselst. Weil das ist eigentlich das Interessante. Du machst Agenten, die sehr klare Ziele haben und dann wiederum als Werkzeuge andere Agenten haben, die wiederum sehr klare Ziele haben. Weil wir wissen eh alle, das wissen wir auch jeder, der was ChatGPT verwendet. Je mehr Freiheit du ChatGPT gibst, desto mehr Bullshit kommt raus. Die einzige Ausnahme davon wäre vielleicht ChatGPT Pro 01 Pro Deep Research, wo ich sage, tendenziell kann man ihn relativ frei laufen lassen, weil einfach sehr viel Reasoning dahinter ist. Und das ist ja auch der große Schritt, den wir jetzt eigentlich wirklich hautnah erleben, ist dieses ganze Thema Reasoning und dass er logische Schritte folgt und Sachen selber macht. Das ist wirklich ein Game Changer und es ist wirklich sehr spannende Zeit, um am Leben zu sein. Und ein KI-Agenten, falls du das jetzt noch nicht herausdestilliert hast, ist wie ein intelligentes Teammitglied, das eigenständig Probleme löst und sich flexibel an neue Anforderungen anpassen kann. Das ist die Wunschvorstellung, ob wir da schon sind. Die KI-Kette sagen, ja, ich würde sagen, das kann man noch nicht verwenden, aber das ist ein anderes Thema. Warum sind KI-Workflows und KI-Agenten wichtig bzw. ein Game Changer für dich im Marketing oder als CEO usw.? Wir alle stehen heute vor der Herausforderung, wir müssen immer mehr Inhalte erstellen und es muss auch noch Information Gain enthalten und wir müssen unsere Strategien laufend an neue Begebenheiten anpassen, sei es Channels oder Konkurrenten usw. Und jetzt einfach mehr mit einer Insellösung wie JetGPT rauszuballern, ist eine Garantie für Markentot und auch Sichtbarkeitsverlust. Die Frage ist auch, wenn du jetzt, okay, wir machen KI-Content, wie du jemals diese KI-Aktualisierung managst und Content Decay usw., wie gehst du damit um, wenn du immer mehr machen musst und du hast all diese Insellösungen, das wird relativ schwierig sein. Und mit KI-gestützten Workflows, wie auch Agenten, haben wir die Vorteile, dass wir, wir können so einen ganzen Workflow abbilden und wir können ihn auch dynamisch machen. Wir können ein Workflow zur Aktualisierung von Content machen. Also auch, wann muss ein Inhalt aktualisiert werden, kann ich letztens mit den KI-Agenten abbilden. Und durch den Workflow kriegen wir mehr Effizienz bzw. mehr Output und konsistente Qualität. Durch die Intelligenz können wir einfach viel besser auf Sachen reagieren. Und das ist wirklich das unvorstellbar Spannende. Während jetzt KI-Workflows vor allem sinnvoll sind für total skalierbare Prozesse, also sowas wie Content-Erstellung, Keyword-Recherchen, Content-Aktualisierung etc., eignen sich KI-Agenten mehr für komplexe und offene Aufgaben. Das heißt, on the fly, Wettbewerbsanalyse und Anpassungsempfehlungen, eben das Thema Content Decay usw. Und beides ist wichtig, wenn man sein Marketing intelligenter und ich glaube, was das Allerwichtigste heute ist, agiler aufstellen will. Und wenn es jetzt alles zu schön, um wahr zu sein klingt, dann liegst du nicht ganz falsch. Was sind jetzt aktuell noch die Herausforderungen? Warum ist nicht jeder nur noch mit dem beschäftigt und da voll drin und oh mein Gott und wieso nicht? Zum einen haben wir einmal, die meisten Firmen haben irgendwelche bestehenden Toolstacks und es ist dann nicht so leicht, das da zu integrieren. Natürlich in Gumloop, Relevance, AI, Pipapo, all diese Tools. Du kannst letztendlich jede Schnittstelle, die es nicht gibt, bauen, aber es ist alles nicht so einfach. Dann, was wir auch immer noch sehen in 2025, Datenqualität und Verfügbarkeit. Die Verfügbarkeit ist einerseits zu verzeihen, weil es einfach Regulierung gibt, aber andererseits die meisten Firmen tracken nicht sauber, tracken gar nicht und vor allem nicht tracken sinnvoll entlang der Kundenreise. Richtig, richtig gute Workflows und Agenten sind nicht so günstig, wie du aktuell glaubst. Ich glaube, die meisten glauben, das ist dann alles gratis. Nein, wenn du die API abfragst, dann kostet das Credits und wenn du irgendwas Kompliziertes machst, dann brauchst du, keine Ahnung, unvorstellbar, also je besser der Output sein solltest, desto mehr Credits wirst du verpassen und dann ist das Ganze nicht so günstig. Dann wirklich stabile Workflows und Agenten mit konsistentem Output sind nicht so einfach zu bauen. Wir arbeiten auch daran. Ich glaube jetzt Firmen, die da relativ daran, dass es Firmen gibt, die sehr weit sind. Ja, aber das zu bauen ist alles andere als einfach und dass das stabil ist und im Alltag verwendet werden kann, das ist nicht so, ich bin im Gumloop und baue in 10 Minuten irgendwas, sondern es ist schon schwieriger als das. Dann, und ich glaube das ist mitunter das größte Problem, ist mangelndes Wissen und fehlende KI-Kompetenz. Das wird ein riesiges Thema in den nächsten Jahren werden, weil es wenige gibt, die keine KI-Kompetenz brauchen, sondern so ziemlich jeder wird das brauchen. Dann haben wir immer noch das Problem mit falschen Informationen und Halluzinationen und das möchte ich jetzt ein bisschen detaillierter erklären, weil, sagen wir mal, wir schalten mehrere Agenten hintereinander. Das Problem, kleine Fehler, wenn du die miteinander multiplizierst und über viele Multiplikationen werden zu großen Fehlern. Das heißt, das muss ziemlich gut sein, damit, wenn du das anfangs multiplizieren, dass am Ende irgendwas Sinnvolles rauskommt. Und zu guter Letzt, und das ist, glaube ich, generell für Europäer schwierig, also für uns schwierig, es wird ein radikales Umdenken erfordern, wie man arbeitet und was möglich ist. Weil es wird alles einfach verändern. Ich glaube, jeden, der sich jetzt da wirklich Gedanken macht, versteht, hey, okay, da brauchen wir ganz andere Kompetenzen und ganz andere Sachen können wir machen und so weiter. Und es wird Zeit brauchen und es ist fair enough. Ich finde es super spannend, ich freue mich auf diese Reise und ich wollte euch damit auch ein bisschen anstecken mit diesem extremen Fieber. Trotz all dieser Herausforderungen sollte sich jeder im Marketing, egal was du im Marketing machst, mit den obigen Tools beschäftigen. Also nicht von den Automatisierungs-Oldschool-Dingen, sondern vor allem mit den KI-Workflow-Tools und mit den Agenten. Denn es wird mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit in diese Richtung gehen. Und damit sind wir für heute durch. Eine letzte Frage, welche Workflows versuchst du als erstes zu automatisieren? Bist du da schon dran? Welche Tools verwendest du dafür? Würde mich wahnsinnig interessieren. Ich würde mich über einen Kommentar von dir sehr freuen. Und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.